Ich nehm einfach auch mal ein bisschen auf ihr Video. Da haben wir einen von den Freaks, der sich schon seit 10 Minuten nicht traut, irgendwen anzulabern. So viel liegen da gar nicht mehr. Mach einmal, die sind alle geil. Der wär da sowieso nicht traut. Ich hätte jetzt Miku, würde ich schreien. Die sind alle geil. Jetzt geht's los. Jetzt geht er gleich zum Kerl. Jetzt kommt er schon wieder zurück, ja. Das hat ja super geklappt. Was macht der? Noch mal ein bisschen vor der Ferne aus. Ey, die liegen in eine andere Richtung, Mann. Was ist das denn, wenn die jetzt schon hört? Tja, gutes Zureden wieder. Du bist ja besser wie im Fernsehen, ne? Ist doch ne Verarsche, Mann. Das gibt's echt nicht, ne? Hier, direkt hinter dir! Boah, ein Cellulite! Ich sag mir, so eine fette Anspirche. Was ist das? witnesses oder? Das ist doch Faket, oder? Na, die haben vor allem vorhin die Einschlarm mit in den Ländern zwei Mal getrunken. Und da einmal absichern. Ich glaube, die machen das nur deswegen so, dass wir dann, die hier sind, zu Hause sagen, hey, der hat sich echt nicht getortet und so, weißt schon. Jetzt hier zweiter Versuch oder was? Das gefängt, Ellen Nummer will die Blonde. Vor allem, ich halte das mit Kamera drauf, mal gucken, wer guckt da hier. Ich weiß nicht, das sieht nicht aus wie ein Friedrich, aus wie ein behindert ist oder so. Michael, halt die Fresse.